Hallo und herzlich Willkommen zum sechsten und letzten Teil der Videoreihe zum Web-Datenbank-Projekt. Wollen wir das endlich mal zu Ende bringen? Es ist ja genug Zeit vergangen seit dem letzten Video, diesmal auch mit neuem Ton. Hoffen wir mal, dass das ein bisschen besser funktioniert als bei den letzten Mal. Genau, worum geht es diesmal? Wir reden über Object Relational Mappers oder über Objekt Relationale Abbildungen, wie der Deutsche sagt. Das Video geht ein bisschen über den Schulunterricht hinaus, nicht nur über meinen Verzeihung, sondern auch über den geplanten Schulunterricht, jedenfalls über das, was das Kultusministerium in Hessen angibt. Daher ist es ergänzend. Definitiv nicht Schulstoff, aber ich würde gerne mal darüber sprechen, wie all das, was wir jetzt im Unterricht in klein klein im Detail gelernt haben, in der Praxis gemacht wird. Und da schalten wir am besten einfach mal direkt rüber und schauen uns an, wie wir das bisher gemacht haben. Wenn wir eine Datenbankanwendung gebaut haben, und das haben wir in dieser Videoreihe live gemacht, hatten wir natürlich zuallererst hier drüben, ich hoffe man sieht den Cursor, eine Idee. Was für Dinge brauchen wir eigentlich? Was für Entitätstypen ergeben sich daraus? Und auf Basis dessen haben wir so ein Entity Relationship Diagram gezeichnet. Da wurden die einzelnen Entitätsklassen mit ihren entsprechenden Attributen aufgezeichnet. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war in unserem Hirn eigentlich schon eine Vorstellung, welche Dinge, welche Entitäten da miteinander interagieren werden. Auf Basis des Entity Relationship Diagrams haben wir uns ein Entity Relationship Model gebaut. Das kann man schwer grafisch darstellen. Ich habe hier einfach noch mal die Entitäts- oder die Beziehungen, die Relationen zwischen den Entitätstypen dargestellt. Auf Basis des Entity Relationship Models haben wir dann die entsprechenden Tabellen entwickelt. Da haben wir Regeln für gelernt. An die haben wir uns gehalten und dann kamen da Tabellen raus. Einige Tabellen waren für Entitätstypen, für einige Relationen hat man extra Tabellen gebraucht. Auf jeden Fall wussten wir am Ende auf Basis unseres Entity Relationship Models, welche Tabellen wir brauchen. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen von dem Frankfurter Zeug hier aus der Darmstädter Tasse. Lecker. Passt zum Abend. Okay. Die Tabellen haben wir dann, nachdem wir die Struktur kannten und die Inhalte, einem Datenbankmanagementsystem übergeben. Wir haben eingesetzt zum Beispiel SQLite und MariaDB im Webdatenbankprojekt. Da wurden dann die Tabellen reingekippt. Alles von Hand. Dann haben wir uns die entsprechenden SQL-Befehle ausgedacht, um die Daten, die wir im Programm brauchen, auch wieder aus dem DBMS herauszuholen. Und schlussendlich haben wir Code geschrieben. So, das übliche. Wir verbinden uns mit der Datenbank und sagen, wo die ist, geben Passwörter raus und so weiter und so fort. Führen dann die Befehle aus, lesen die Befehle zurück, interpretieren die Daten und machen dann irgendwas im Programm. Das ist die Vorgehensweise, die wir gelernt haben und die funktioniert ja auch. Das ist allerdings die Vorgehensweise ohne ORM, also ohne diese Object Relational Mappers. Das sind nämlich Hilfs, das sind kleine Hilfsfunktionen, Programme, Tools, wie auch immer. Ein ORM übernimmt ganz viele dieser Aufgaben für uns und macht die automatisch. Und zwar fast alles. Was für ein Programm wir schreiben wollen, also die Idee, das müssen wir weiterhin selbst haben und was für Typen und Klassen und Entitätsklassen man dafür braucht, auch das müssen wir uns selbst überlegen. Aber ab dort übernimmt das ORM. Das heißt, das ORM baut aus unseren Entitätstypen ein Entity Relationship Model. Vollkommen automatisch. Haben wir nichts mehr mit zu tun. Das ORM baut daraus die Tabellen. Vollkommen automatisch. Die sehen wir nicht mal mehr. Die brauchen uns auch nicht mehr interessieren. Das ist ein automatischer Prozess. Ich kennengelernt, wie man die Tabellen abbildet. Nach ganz, ganz einfachen Regeln. Das kann natürlich auch ein Computerprogramm selbst machen. Das ORM bindet auch selbst ans DBMS. Also auch darum müssen wir uns überhaupt nicht mehr kümmern. Klar, wir brauchen irgendwo eine Datenbank und Benutzernamen und Passwort, aber das war's auch. Das ORM kümmert sich auch selbst um das SQL, um die SQL-Befehle, um alles aus den Tabellen rauszuholen. Klar, wie sollen wir das auch machen? Wir wissen ja gar nicht, wie die Tabellen aussehen. Hat ja das ORM für uns gemacht. Und schlussendlich können wir dann im Code, unserem Programmcode, direkt das ORM verwenden und sagen, hey, ich brauche mal folgende Entität oder ich brauche mal alle Entitäten, die folgenden Regeln entsprechen. Das heißt, den Code-Teil hier ganz hinten, den müssen wir wieder selbst schreiben. Wenn wir das ein bisschen vereinfachen, sieht unser ganzer Workflow so aus. Wir haben eine Idee, wir bauen daraus Entitätstypen, zum Beispiel in Form eines Entity-Relationship-Diagrams. Das gießen wir ins ORM und das ORM binden wir in unseren Code an. Das macht unseren Code auch einfacher und insbesondere macht es ihn sicherer und portabler. Wir haben ja so ein paar Sachen gelernt, wie dass man mit Sonderzeichen besondere Sachen machen muss und dass es so was wie SQL-Injections gibt. Das verhindert alles das ORM automatisch. Das heißt, das, was wir von Hand dran programmiert haben, dass die Sachen sicherer sind, das macht alles das ORM für uns. Wir haben mit der Datenbank überhaupt nichts mehr zu tun. Unser Code sieht im Prinzip nicht mal mehr, dass eine Datenbank verwendet wird. Und deswegen macht uns ORM die Welt leichter und im Normalfall im professionellen Programmieren setzt man eigentlich immer ORMs ein. Es gibt nur sehr, sehr wenig Gründe, so kleine Tools, whatever, wo es sich tatsächlich lohnt, den ganzen Datenbank-Kram von Hand zu machen. ORMs haben noch einen großen Vorteil. Sie abstrahieren ja von der Datenbank. Das heißt, die wird für uns als Programmierer transparent. Das heißt, so ein ORM, das all diese Schritte automatisch kann, kann natürlich auch plötzlich eine ganz andere Datenbank verwenden. Wenn wir zwischenzeitlich bemerken, Datenbank X, also DBMS Nummer X funktioniert für uns nicht mehr, wir hätten jetzt gerne Y, dann kann mein ORM einfach von X nach Y umziehen, ohne dass wir uns um irgendwas kümmern müssen. Wir müssen keinen neuen Code schreiben. Wir müssen die Tabellen nicht neu entwickeln. Wir müssen all diesen Kram nicht neu machen. Das macht das ORM für uns und wir merken davon nichts mehr. Ist zum Beispiel praktisch, wenn man irgendwann merkt, oh meine Datenbanken sind aber so groß, die will ich auf mehrere Server verteilen und das kann ich mit meinem DBMS gar nicht. Und jetzt versuchen wir noch mal so im letzten Schritt dieses Videos und immer, wenn ich das letzte sage, heißt es geht noch mal um die Hälfte der Zeit weiter. Das ist mir bewusst. Im letzten Schritt dieses Videos machen wir noch mal ein Gedankensprung. Im Moment sehen wir hier ORM aus der Perspektive der Datenbankentwickler. Wir haben gesehen, was das ORM für uns als Datenbankentwickler alles übernimmt. Das wird so ein kleines ORM-Päckchen zusammengepackt und das verwenden wir einfach. Sind wir glücklich drüber. Denken wir doch mal aus der Perspektive der objektorientierten Programmierung. Ich weiß, das kennen noch nicht alle, aber tun wir mal so, als würden wir es kennen. Bei der objektorientierten Programmierung wird ja auch nicht einfach Code hingeschrieben, sondern es werden Klassen entwickelt und dann werden diese Klassen instanziiert und die nennt man Objekte. Und so eine Klasse ist immer eine Abbildung der Realität. Und hier merken wir plötzlich eine Gemeinsamkeit. Diese Entitätstypen für den Datenbankentwickler, das sind eigentlich die Klassen für einen objektorientierten Programmierer. Und die Entitäten in der Datenbank, das sind die Objekte. Und dieser objektrelationale Mapper, und jetzt sehen wir ja schon den Zusammenhang, der übernimmt diese Aufgabe für uns. Das heißt, wenn wir in Klassen denken, dann haben wir erst unsere, Moment, jetzt muss ich mal überlegen, ganz da drüben unsere Idee. Und da wollen wir über einen Schüler reden und dann bauen wir uns halt eine Klasse, wie man das beim objektorientierten Programmieren so macht. Und der Schüler hat da eine Eigenschaft Name und, oder die Schülerin, meine Güte, es ist 2020, einen Namen, vielleicht eine Nummer, eine Augenfarbe, was weiß ich. Und das hat alles unsere Klasse. Das heißt, ich mache gar kein ERD mehr, kein Entity Relationship Diagram mehr, sondern ich programmiere einfach meine Klasse in meiner Programmiersprache. Und die mit allen anderen Klassen und den Beziehungen zwischen den Klassen, die werfe ich ins ORM. Und das ORM baut mir daraus eine Datenbank. Und aus dem ORM fallen dann auch wieder die entsprechenden Klassen und Objekte raus. Das heißt, ich denke gar nicht mehr als Programmierer darüber nach, dass wir hier mit einer Datenbank zu tun haben. Ich benutze das ORM einfach nur, um Klassen und Objekte zu speichern. Und das Schöne ist, wie man hier an dem Doppelpfeil sieht, das geht in beide Richtungen. Das heißt, mein Programm kann nicht nur sagen, liebes ORM, ich brauche jetzt mal alle Schüler der Klassen Stufe Q3, sondern ich kann die auch verändern. Ja, ein Schüler, keine Ahnung, einen Klassenlehrer gewechselt oder die Haarfarbe geändert oder was auch immer ich speichern möchte. Und dann habe ich das ja nur in dem Objekt in meinem Code gemacht. Und dann kann ich dem ORM aber sagen, dieses Objekt jetzt bitte wieder speichern. Und dann kümmert sich das ORM automatisch, dass das in den richtigen Tabellen, an den richtigen Orten in der Datenbank gespeichert wird. Und das ist eigentlich die große, mächtige Sache des ORMs. Ich habe eine Idee, ich programmiere meine Klassen und das ORM übernimmt das Speichern der Klasse. Dass das zufällig in der Datenbank passiert und möglichst effizient ist, das juckt mich als Programmierer eigentlich gar nicht. Das ist die Idee. Natürlich gibt es nicht nur den Weg, ich programmiere meine Klassen und lasse mir daraus meine Datenbank generieren, sondern ich kann es auch andersrum machen. Ich habe schon eine Datenbank und sage dem ORM, hey, baue mir daraus mal bitte Klassen. Oder irgendeinen Misch Ansatz davon. Das können diese ORM-Tools alle. Und deswegen werden die heute auch hauptsächlich eingesetzt. Sie vereinfachen das Programmieren, auch im Sinne von, sie machen es sicherer, weil ich nicht mehr direkt mit meiner Datenbank und all den Sonderanforderungen in Spirenzien meiner Datenbank arbeiten muss, weil ich überhaupt nicht mehr darüber nachdenken muss, dass ich eine Datenbank anspreche, sondern ich benutze einfach nur die Klassen und Objekte, die ich nun mal habe. Und weil ich eine komplette Abstraktion von der Datenbank habe. Wenn ich ein ORM verwende, dass ich gar keine Datenbank benutzen will, sondern Textdateien auf der Festplatte gibt es bestimmt, dann macht das für meinen Code überhaupt keinen Unterschied. Ich bin total losgelöst von der konkreten Datenbank-Technologie. Wenn man sich das mal anschaut, jetzt ist mein Kopf im Weg. Ups, so ist vielleicht besser. In der Programmiersprache PHP ist eigentlich das populärste ORM-Framework das Framework Doctrine. Kann man relativ leicht verwenden. Ein bisschen schwierig zu installieren, aber relativ leicht zu verwenden. Für C-Sharp oder ganz allgemein .NET hat sich das Entity-Framework oder das Entity-Framework-Core durchgesetzt, so als Standardlösung. In Python gibt es ganz, ganz, ganz viele. Das gängigste ist SQL Alchemy. Und für Java, da muss ich jetzt ein bisschen beiseite gehen, in Java hat sich das ORM-Framework Hibernate durchgesetzt. Das sind so die klassischen ORMs, denen man in diesen vier Sprachen bzw. Sprachfamilien begegnet. Und das soll es für dieses Video eigentlich auch schon gewesen sein. Ich habe hier noch mal ein paar Links zusammengefasst. Die sind natürlich auch unten oder an der Seite oder wo auch immer YouTube die Videobeschreibung einblendet. Die sind verfügbar. Und damit sind wir durchs Web-Datenbank-Projekt durch. Wir haben wir haben gesehen, wie man es von Hand macht in den Videos 1 bis 5 mit all den Problemen und Angriffsmöglichkeiten und wie man denen begegnet. Und jetzt im Video 6 noch mal ganz high-levelig dargestellt, wie man es eigentlich machen würde, wenn man sich mit diesen ganzen manuellen Kram nicht rumschlagen möchte. Also aber damit ist die Videoreihe zu Ende. Ich schalte hier auf die Endcard. Danke fürs Zusehen und mal schauen, was so als nächste Videoreihe kommt. Bis später. Bis zum nächsten Mal.